Berlin ist ein Dorf. Ein großes Dorf. Und das ist so schön so. Berlin ist anziehen. Berlin ist hip geworden. Wenn man von dem Alten Ost in den Alten Westteil will und in der Regel im Stau steht, dann hat man einfach immer nochmal eine kleine Erinnerungsminute. So von Los Angeles auf Deutschland geguckt, war Berlin ganz schnell die einzige Stadt, die Spaß gemacht hat. Der erste Eindruck, den die Stadt einem Süddeutschen mitteilte, war die Abwesenheit des Schönheitssins. Das ist Berlin. Und wenn die Bezahlung, dann lassen Sie mich auch mal ausreden. Wenn die Bezahlung sind, sind Sie von der Polizei? Das merke ich. Geld der oder ich schießt los. Ich bring euch Keks back auf den Friedhof. Dann gibt es so eine Berliner Mentalität eben, die an allem was rumzunölen hat. Das ist im Wesentlichen. Eigentlich lebe ich nicht in Berlin. Auch wenn es mich weit weg zieht von Berlin, das ist der Platz, wo ich immer irgendwann zurückkehre. Ich bin ein Mensch in Berlin. Dann gibt es die Bezahlung.